Westfalen hat sich den Titel im Deutschen Hallenschampionat der Landesmeister geschnappt, nämlich mit Pia Bostock-Beking aus Aarhaus. Wie stolz ist man nach so einem Erfolg? Sehr stolz, auch für den Verband natürlich und ganz besonders auf mein Pferd bin ich stolz. Jetzt steht auch noch die Mannschaftsentscheidung an, da geht aber nicht der gleiche, sondern die Mannschaft Westfalen II hat gesagt, wir wollen Pia Bostock-Beking haben und mit wem wird das Unternehmen angegangen? Mein Pferd heißt Chaseni, die ist neun Jahre alt, ist aber noch wirklich grün, kommt aus der Lewitz und hat ein bisschen wenig gesehen bisher, hat aber sehr viel Potenzial und schon schöne Runden gezeigt. Im Prinzip sind wir immer noch dabei, die für die ganz großen Aufgaben vorzubereiten, aber ich halte sehr viel von dem Pferd und freue mich darauf. So dann Hand aufs Herz, Frage an die Deutsche Hallenschampionist der Landesmeister, wie lange darf dann heute gefeiert werden? Ach, ein bisschen schon, wir sind da einiges gewohnt. Ein bisschen feiern sitzt, glaube ich, nach so einem Erfolg auf jeden Fall drin, aber an morgen früh denke ich natürlich auch, übertreiben werde ich es nicht. Gut, viel Glück dann morgen und danke Pia. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020